Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64, endlich nach langer langer Zeit geht es hier auch mal weiter. Grund war ich hatte technische Probleme mit dem Spiel, was mir dann zum Verhängnis wurde und ich ein Savegame neu starten musste von Donkey Kong 64, das heißt ich muss nochmal hoch und musste den Vorboss nochmal machen und das halbe Level circa, dass ich da ein bisschen so auf den gleichen Stempel bin, habe geguckt wie viele Bananen habe ich, was habe ich alles gemacht, wo habe ich was noch gemacht, da muss ich halt noch die folgende Vorhalt nachschauen und das habe ich dann auch getan, und jetzt sind wir wieder endlich hier und wir wollen ins letzte Kapitel rein, denn es ist bald soweit, das Projekt nimmt auch Ende, und auf Aktiv oben kommt kein Donkey Kong Country 3, das liegt daran, da ich immer auf Centus einerseits warten muss, der aber letztes hatte ich nicht so parat, wenn man so zu Ende bringen wollte, wir wollten es eigentlich zu Ende machen, da hatte ich aber technische Probleme, das war mit Windows, genau, die hatte ich auch nicht gemacht, aber wir hatten hier schon, das hatte ich schon geöffnet, und ich habe, ich habe glaube ich so viele Bananen wie gehabt, ich wusste nur nicht, ob ich das Mini Level gemacht hatte, den einfach, ach warum, weiß ja nicht, ich habe doch die 1, ach jetzt geht es weiter, bischen das ist wieder eine Möse, dann kam zu Ende, bis zum Ende, bis zum Ende, bis zum Ende 4h. Okay. Must location and deactivate the machine. Okay. Oh mein Gott! Wir haben 29... Ach du, was soll das denn? Ich geh da mit Lenkin durch. Okay, wir haben so viel Zeit wie viel... Boah, ich hätte doch noch ein paar Teile sammeln sollen. Ach, du ahnst es nicht. Oh mein Gott, das wird jetzt eine Hetzjagd. Ich werde jetzt glaube ich auch die... Ohne jetzt einen Zwischencut zu machen, weil ich keine Zeit verlieren möchte. Bei dem Ganzen. Ich will einfach nur hier... Fertig werden. Oh, das ist natürlich fertig. Geht's weiter mit? Ich hoffe mit Quanky kann ich weiter, Mann. Oh mein Gott. Ich vermute mal auf Tiny. Oh, ich hätte wirklich mal jedes Löffel nochmal durchgegucken. Oh, ich hätte wirklich mal jedes Löffel nochmal durchgegucken. Wo habe ich was vergessen oder so? Boah. Und da ist noch ein Kristall ab. Okay, wir haben Unendlich. Das ist super. Oh, das ist ein Cheater. Ich wusste es wirklich nicht. Okay, wir sind da. Und jetzt. Und jetzt. Nochmal zwei. Jetzt hoffe ich weiter. Ich hoffe, dass es da weiter geht. Jetzt weiter. Noch nicht. Donkey Kong, Donkey Kong. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Okay. Wo? Wo bin ich Donkey Kong? Da. Didi, 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 didi. Da, da, da. Wo, wo bin ich vorbeigelaufen? Ich wohre Donkey Kong. Uh, eine Hetzjagd. Ich finde, aber es macht keinen Spaß. Ist zwar nie normal, so wie ich sonst immer bei Zocken sitze, sonst sitze. Ich sitze aber ganz gerade da. Das ist immer so ganz gechillt, wie man es so kennt. Oh mein Gott. Komm schon, Donkey Kong, hau rein. Okay, ich weiß, was es ist. Bitte nicht auf Zeit. Bitte nicht auf Zeit. Ah, genau. Okay. Ich sag jetzt schon, das verkacken wir eindeutig. Das liegt daran, weil ich mit dem Didi nicht das Ding steuern kann. Okay, eins haben wir. Ich kann das Ding einfach nicht, nicht steuern. Weil die Kameraführung auf dem Ding einfach nur bescheiden ist. Ich muss das mal machen. Ich muss das mal machen. Oh, wir haben es geschafft. Wow. Cranky geht weiter. Zwei, Cranky. Aber gehen wir weiter. Wir gehen eins durch, ne? Vier. Wir machen... Fünfte. Da sind Mission-Dinger. Das hatten wir schon mal. Ist es schlauer, jetzt alle zu öffnen? Oder bleiben dann alle Tore stehen? Okay. Okay. Ich weiß nicht, warum die die nicht offen gelassen haben. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Für jeden so ein Ding zu öffnen. Wer hat... Bongo ist okay. Bongo, Bongo, Bongo. Okay, da komme ich nachher hoch. Nur wenn ich das öffne, ich mache es... Die auf. Okay. Okay. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Alter, was für ne Hektisjagd. Kalter Kulab. Aber irgendwie... Spiel ich zurück. Jetzt, ich sage... Öh, marken, 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 marken. Ich muss raten, ich muss hier rein, ne? Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Ja, muss ich, klar. Warum läuft denn hier die Zeit weiter? Das ist ja... Das ist ja... Guck mal, allein... Ich verbrauche jetzt allein 5, 6, 7 Sekunden. Nur für das. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes. Oh, spring doch. Oh, ich will... Ey, es wird noch ein Tauschspiel geben. Was? Hey, doch. Alter... Was soll das? Was? Okay. Ah. Schau ich nicht. Okay. Wir müssen alle sitzen. Ja. 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 Ich muss den als erstes treffen. Das gibt's nicht. Das ist hart an der Grenze alles. Scheiße. Immer noch nicht. Jetzt. Ach, Kea. Komm schon. Ach, Kea. Was war das denn jetzt? Aber warum verkackt ich das bei dem zweiten? Ja. Oh, meine Tastatur. Nein. Ich tu dich mal weg. Soll ich dich gleich weg?